Ich studiere jetzt unser Innenpolitik-Ressortleiter Hans Bürger. Heinz Fischer hat fast 80% der Stimmenerrungen, Barbara Rosenkranz kommt auf weniger als die Hälfte des vom Parteichef erhofften Ergebnisses. War diese Wahl so vorauszusehen? In diesem Ausmaß nicht. Man hätte der FPÖ schon mehr zugetraut und da gibt es natürlich einige Ursachen und Beweggründe und Gründe dafür. Ich denke, dass das Ergebnis vor allem bei den jungen Wählern für die FPÖ dramatisch enttäuschend sein muss, denn 74% der unter 30-Jährigen haben Fischer gewählt. Das heißt, der FPÖ ist es nicht gelungen, das zu wiederholen, was bei den letzten Wahlen, vor allem auch bei der Nationalratswahl gelungen ist, die Jungen zu mobilisieren. Im Gegenteil, nur 22% haben von den Jungen eben Rosenkranz gewählt. Und da darf man sich schon zur Analyse und Interpretation hinreißen lassen, dass das HC Strache wahrscheinlich besser gelungen wäre, die jungen Leute für die FPÖ zu bewegen. Was bei dieser Wahl ganz besonders auffällt, das niedrige, die extrem niedrige Wahlbeteiligung. Woran liegt es? Da gibt es jetzt schon erste neue Zahlen von SORA. 580.000 ÖVP-Wähler sind nicht zur Wahl gegangen, 540.000 FPÖ-Wähler und 300.000 BZÖ-Wähler. Das heißt eigentlich, das gesamte rechte Lager oder das rechtsorientierte Lager, konservative bis rechte Lager in Österreich, ist zum Teil nicht zur Wahl gegangen. Sie sind ausschlaggebend dafür, dass die Wahlbeteiligung dermaßen dramatisch niedrig ist. Die niedrigste überhaupt bei einer Wahl sieht man von zwei EU-Wahlen ab. Wir werden es vielleicht über 50% noch schaffen, wenn die Wahlkarten dann dabei sind. Und natürlich, wenn drei von fünf Parlamentsparteien zu einer Wahl gar nicht antreten, einen Kandidaten nicht schicken und zwei davon nicht einmal einen empfehlen, dann kann eigentlich nicht viel mehr herauskommen als diese Wahlbeteiligung. Zum Schluss noch ein Ausblick. Welche Auswirkungen wird diese Wahl auf das innerpolitische Klima haben? Zum einen wird es in der ÖVP vermutlich ein wenig ungemütlicher werden. Wir haben es gehört, die Salzburger und die Niederösterreicher sagen jetzt schon, es war ein Fehler, keinen Kandidaten aufzustellen. Aber es wird auch zwischen den Regierungsparteien mit Sicherheit schärfer werden. Es hat heute schon Bundesgeschäftsführer Kreuter die Gesamtverantwortung der ÖVP delegiert, was diese niedrige Wahlbeteiligung betrifft. Da wird mit Sicherheit die ÖVP in den nächsten Tagen zurückschlagen. Also das lässt für das Klima, für die kommenden Wahlen, Burgenland, Steiermark und dann Wien nicht allzu viel erwarten, was Harmonie betrifft. Danke, Hans Bürger.